Bibi 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 Weidmanns Heil sagt er, na gut El Canono pronto El Canono El Canono Kommt man eigentlich hier noch hoch? 7 Nein, hier kommt man nicht mehr Kodi Ok Achtung, links, äh, rechts Er fährt auch nicht hin Kommt ihr auf 8 siegen, ey Ja, echt Das soll irgendwie umstellen, dass man, wenn man im Squad fährt, der nicht immer erst im Squad-Chat geht, sondern permanent in den Team-Chat ist, von Anfang an Ich weiß nicht, dass ich wüsste Ich höre einen Heli Das ist glaube ich nicht unserer Ne, wir haben keinen Ne, da kommt er, auf 15 Grad Auf ihn Jo Da oben war ein Zeichen Alter, Junge Ah, ne Meme mit Bomben Hehehe Ist das dumm Alter, was habe ich auch wirklich hier? Es kann nicht wahr sein Oh, da ist sogar noch ein Heli hinter uns Ich habe hier einen bei mir Scheiße, ey Ich komme auch, Fabi He Ich habe Ari drauf geschmissen Ist ein leichter Panzer Ich will Oh mein Gott Radpanzer auf jeden Fall Ist er weg? Nein Oh, Roy Gott Der fährt rum Ich habe einen Reifen gezogen Ich dachte, das wäre eine Kette gewesen Alter, jetzt geht doch Gas Boah Dieser scheiß Merkava geht mir auf den Sack Das ist zum Kotzen Er ist hier mit 5 kmh den Hügel hoch Was ist denn hier eigentlich mit der Karte Festung am weißen Felsen oder so wie die heißt Gibt's die noch? Nein, aber die haben im Steam gesagt, dass die bald wohl zurückkommen wird oder dass die am bearbeiten sind oder irgend so was haben sie gesagt Ich fandet die gar nicht mal so verkehrt Ich fand die richtig scheiße, ich fand die müll Allerhöchstens vielleicht im Load hier oder so, aber Ja, da Gab's ein paar ganz lustige Spots Oh, du siehst den hier oben gemarkert? Kommt AT drauf auf ihn Ich meine Lädt noch Oh und er ist tot Naja, die Artillerie muss ja auch mal Partys Übungen machen Da oben ist noch einer, gespottet T5 Kommen da jetzt hin? Bitte Kommen da jetzt hin? Ich glaube, ich kommen da jetzt hin am dümmsten Gute Frage, nächste Frage Mann, ist doch behindert hier Oh in B, Ari auf B Denkt dran links der Lipp Ja ja Ich würde dir gerne helfen, aber hier ist ein Makava, der versperrt mir alles Ich stehe sehr, sehr offen, das ist nicht gut Ruhigbare Menschen Ich fahr nach B, dann fahr ich da überhaupt so Oh, sorry, sorry, sorry Da ist noch einer, im Gemakert Spottet, würde ich sagen Ach man, rechts Der steht am Felsen, oben drauf Was, welcher, wo? Ist gemakert, ey, auch gespottet Was war das denn bitte für eine Hitbox? So ein Hitbox Mist Ich habe genau auf ihn drauf gehalten, aber er ist am Felsen hängen geblieben, ein Schuss Der Hubschrauber ist da noch drin Der will mich Wenn er da klar will er mich Hey, warte Jeder Hubschrauber will mich Was ist das Schwein? Oh, da kommt noch einer Ich kann nur noch runter, Mann Ich kann nur noch runter, Mann Ich kann nur noch runter, Mann Nicht jetzt Ich kann nur noch ein Jet rein Boah, ey, Alter Warte mal ab, ich muss meine Kanone reparieren Warum? Ich kann nur da hin Oder so, ja, wenn der hier reinbombt halt, deswegen, aber gut Da kommt er Oh, schön Nice Dankeschön Sehr gern Zu A rüber? Ja Jetzt lohnt sich Thermal an Die haben noch eine Mi 4 Alles gut Ja Der Kraftstofftank Natürlich Und er ist noch in Deckung gerutscht Der Pan Der Pan Von hinten Ich habe es von hinten gekriegt Ich glaube vom Heli Äh, die Mi Aber ich kann nicht drauf schießen Ich bin so weit weg 30 Sekunden Was war das, was wir da Am BMP Da ist noch eine Mi Ein Heinz Häh Ich bin noch so Ja Das war 0 1 0 1 1 2 2 3 2 2 2 2 Ich hab ihn, ich hab ihn. Aber hier schießt noch irgendwo was auf den Marder. Ich weiß nicht von wo. Oh, Entschuldigung. Scheiße, Hilfe! Von wo, Fabi? Hey, ich brenne. Ich bin abgeprallt. Wir müssen alle drei hier reparieren. Ja, ja. Warte, ich mach ihn zum Motoreinsatz da. Kenbridge Horizonte. Hinter uns geht B weg. Ah, Gott. Fahren. Drehzahl, Junge. Oh, hinter uns. Ich bin zu langsam. Oh, ich komm nicht ran. Ich seh keinen. Ja, die nehmen mich ja komplett auseinander, ja. Track Fuel Tank. Merk nicht, jawoll. ich habe einmal mitten durch geballert die haben noch einen hier scheiße ja die rescue unit ist unterwegs bin sofort da auch da ich habe ja mehrere hier ist noch einer daniel ich fahre in b und brauche ein neues crewmitglied 1800 spawn punkte ich höre einen links von uns das wird die flach sein oder hier nichts ja das klingt noch gepaart runde sie vorbei krasses zentauro runde telefon bin gleich wieder da noch vier mal cappen mit einem premium ist dass ich hier die e2 da reinkomme genau da wollte ich auch in kurdi aber okay dann stell du dich dahin fahr damit dann mit unter kommt schon was ich gucke hier unten bis in die gucke richtung brücke kommt noch einer kann nicht mehr markieren hier war einer gerade noch einer hier oben fährt gerade was ach so ich dachte fabi du bist bei mir hast du nicht gesagt du kommst zu mir ja ich bin unten geblieben und hab auf die flagge aufgepasst ich hab einen hier hier oben steht auch einer ne und hier an der kante so jetzt setz dich zurück komm zu dir hoch der kante sorry ich meinte mit hier runter zum fluss da ist rechts ist einer den habe ich gemarkert muss reparieren sehr schön gott vor uns ist was direkt gemarkert aufgeklärt ich habe lieber noch einen nachgesetzt hat kommt nicht wahr sein versuch ein b zu nehmen oder ehrlich und dann vielleicht vorschlagen hier in die mitte hochzufahren mal gucken wenn jetzt bei A der eine noch fällt dann sollten wir zurück zur A ja der nebelt auf jeden fall ja er ist dort und ich habe direkt was bei mir ja ich habe ihn markiert steht links im rauch ist auch noch einer ich habe ihn die kanone genommen ich pushe ihn guckt ihr bei A vorbei wie konnte der noch schießen jetzt ist meine kanone im arsch warte bleib zurück bleib zurück wenn er runter fährt kriege ich ihn er fährt runter dankeschön da kommt noch einer von hinten bei mir 30 sekunden schießt mal mit einem g auf ihn den längsten ab ich sehe mich noch einer bei mir hier oben das war der dem ich die kanone gezogen habe wahrscheinlich genau das war ein T550 ursprünglich wie lange brauchst du noch neun sekunden hier unten will jetzt einer zu mir hoch ja warte ich komme von hinten der ist hier unten im wasser ja ist so eine Schilker geht hier objekt 906 ist hier hinten wozu irgendwas nähert sich B habe ich gerade im Augenwinkel gesehen kurdi kannst du hier oben gucken ob du den kriegst warte ich kann dir gleich bei der Schilker helfen oder kriegst du den der kommandant natürlich aber das objekt wo ist das oder ist das weg ja das war ein BMP ist weg ja alter nichts gar nichts nur hitze ich habe den hinten in den Motor reingeschossen nichts gekriegt na endlich ey ah jetzt haben sie mich komm mal im Flieger da ist ein Pile TV drinnen wo ähm bei mir in der Nähe auf der anderen Seite von den Hügeln oh ja schön es gibt auch noch eine Pro oder? direkt hier über uns das kann ja wohl nicht wahr sein ey du kriegst den Abschuss ich fass es nicht ich habe ihn mit dem Hauptgeschwitz der ist ja gerade geflogen ich habe mit Rakete und mit dem mit der 20mm durchsiebt aber ne ne ist hier wieder nicht na linke Seite kommt einer her mhm hab ich gesehen ich sehe ihn auch und hier ja der ist wohl weg boah hab ich da eine Kurve gezogen mit der Nordrakete um den zu kriegen klingt nach T55 was oooohh da ist er ist ein T55 ich muss drehen hier steht er oh sehr gut oh man dass ich dafür keine Abschusshilfe bekomme ne kann ja leider nicht scouten mit dem Ding ich habe noch ein Stilker und der M247 Auge Auge EZ voll langweilig und schon wieder nicht letzter hat sich ja verrückt ne 2400 Fahrzeugpunkte gehabt ach du scheiße ich fahr ab jetzt aber Norden oder? ja ja die 1er Linie ja du meinst die A-Linie? ja die A-Linie mein Gott aufs rumzuballern du Idiot hinter mir ey du w sie w du w w w Ja, ja, ist klar. Natürlich, komm, dreh dich um. Alter, ey. Boah, dieses Spiel manchmal. Ich hab'n, äh... Oh, 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 oh. Nein, bleib steh, bleib steh, bleib steh, bleib steh. Nicht gibt's was, nicht gibt's was, wenn ich nicht weiße. Oh, Friedrich, anfang. Ich dachte, ich hab' hier irgendjemand mit Thermal. Scheiße. Ja, tut mir leid. Das war... Einmal mit Profis, lieber zweimal. Fabi, siehst du irgendwas hier? Nein, ich fahr' jetzt in die Stadt rein, um die von der Seite zu kaschen. Ja, verdammt nochmal. Ja, verdammt nochmal. Ich werde allerdings erwartet, wie ich gerade festgestellt habe. Ich steh' auf der Brücke, da, wenn du irgendwas siehst. Fuck, Bradley bei mir. Seh' ich nicht. Kommander nur. Jawoll! Nice! Sauber! Mal schön durch den Busch durch. Ich hätte vielleicht auch mal spotten sollen, fährt mir grad mal so auf. Das stimmt, allerdings. Wenn ich was sehe, dann markiere ich dir das, was du spotten kannst. Alter, nehm' ich doch diesmal hier diese Brücke. Du umkommst? Du musst ja einen Grund haben, warum die hier steht. Sauber! Ich hab' irgendwie nicht damit berechnet. Ich hab' den Fluss tatsächlich erst im letzten Moment gesehen. Oh. Oh, scheiße. Natürlich, das Wack ist im Weg. Ich kann ihn nicht beschießen. Doch, ein bisschen. Ich seh' ihn nicht. Meine Kette. Ich hör' den Fliecher. Jawoll, er wird beschossen, sehr gut. Und wo? Ich hör' ihn, aber ich seh' ihn nicht. Ach, Quatsch. Ach, dein Ernst. Von der anderen Brücke. Landschaftsaufnahme. Sehr gut. Wenn der Krieg vorbei ist, brauch ich mich hier in Häuschen. Ich glaube... So, wo bin ich denn gestanden? Oh, hier in dem Bereich. Da muss ich mit dem Bereich. Wo bin ich? Wo bin ich? Ich gehe mit dem Bereich. Ja. Brust für die Gerichte, die Uhr 15. In Häuschen. Nachher. Bersaio이. Bersaio. 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 T-62 T-62 Auf der anderen Flussseite, scheiße Ja, ich hab mich vorher erwischt Oh, da war das Was heißt andere Flussseite? Irgendwo hier Okay Alter, unser Team wieder, Mann Ich versuch mal zu campen Natürlich, ich komm an der Seite vom C-62 nicht durch Alles klar Alles klar T-62 Jetzt in A Ja also ich sehe ihn nicht er ist auf unserer seite auch er habe ich meinen hinten steht einer auf der zweier linie ich war in die stadt wir sind los tja hier war es das ist ein witz das auf irgendwo ist eine sandhalle naja irgendwo da hinten irgendwo da hinten im wald du hast ja gerade einen flieger gesehen das war doch kein eigener das war eine andere flag das gibt's doch nicht ich sehe nicht jawohl die santal steht irgendwo im wald bei deren spawn ich schlage ja haken ja ich sehe es gerade du hast einen flieger hinter dir du hast die santal hinter dir oh ich hab hier mal ein bisschen aufgeräumt kannst du ungefähr sagen wo das ding ist na irgendwo im busch kann aber nicht weit weg sein von deren swan ich sehe den da hinterm wenn er ja ich versuche schulen ich versuche zu schießen ich versuche zu schießen fahrer geschütze ich hab'n aber danke dir bitte muss zurück zur basis moralischer überflug moralischer überflug moral steigern da besser gesagt also so wie beim football stadion oder sowas ja ich spüre schon wir wehren uns krampfhaft online der flieger will doch nicht oder ich weiß es nicht er hat auf mich zu ja 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 Die Drohne ist drin, die Feindliche. Krass, wir sind so in Unterzahl, aber die kappen A nicht. Ich versuche jetzt in A reinzufahren. Ja, jetzt sind sie drin. Ich hab's gejinxt. Ein bisschen. Ah, das gibt's doch nicht. Wie läuft's? Boah, es ist ein Hin und Her. Ja. Okay. Wow. Zwei Stück sind da drin. Dennoch so das scheiß M46. Junge, Junge. So, Brücke ist blockiert. Der, der draufsteht, hat erstmal mit seinem Motor zu tun. Da steht einer auf der Brücke. Da steht einer auf der Brücke. Ja. Den kleinen hab ich. Auf den geh ich. Auf der Brücke. Ja, der hat keinen Motor und ihm fehlt noch. Gepard hat mich. Ich wurde geteamkilled. Ich wurde geteamkilled. Sag mal, ist der dumm oder was? Komm, komm aufschalten. Komm, komm mit der Gina. Alter, ich hab 2200 Punkte. Ja, mach das mal. Da sind jetzt gleich zu dritt drin da in A. Jetzt ist der Penner rausgegangen. Die haben immer noch dieses Sandteil da irgendwo. Kann sein, dass die mich halt kriegt. Ja, die ist bei A. Die ist bei A? Ja, die ist jetzt nötig von A her. Die verteilen sich jetzt. Der M46 fährt auf unserer Seite über die Brücke. Und zwei Panzer sind, äh, was ist denn das? Nach rechts weg halt, von uns aus gesehen. Oh, ich bekomme Rappidenbeschuss. Flieger oder Hubschrauber, oder was ist das? Ah, das wird nicht so. Pass auf, die kommen da hoch, ne? Ja. Braucht was zum Bomben abwerfen? Jetzt? Ich hör sie. Ähm, etwa... Weiß ich nicht. Hier vorne. Ja. Da staunst du. Die Scheiß-Sandteil-Sandteil kriegt mich trotzdem noch. Ey, ey, Mann, das Ding nervt. Egal. Schade, schade, schade. Aber welchen Bär ist denn das Ding? 9.3, glaube ich auch, so wie wir. Ja. Ja, aber es war... Wenn, dann ich sag schon mal tschüss, bis morgen. Bis dann. Ciao. Bis morgen. Das war trotzdem eine recht erfolgreiche Runde. Oh, das war eine schöne Runde. Oh, das war eine schöne Runde.